Du hast zwölf Jahre, oder? Yes, it is. Ja, zwölf Jahre, ja. Genau. Die Schwester muss sein. Ja. Ja, ja. Hey Roman, kennst du dich noch? Hast du gesehen, wie klein du bist? Das ist das Foto vom Film, das damals filmte ich. Ja, das ist das Film. Ja, das ist das Englisch. Ja, ja. Kannst du das auch? Ja, ja. Hast du schon gemacht? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt siehst du, sie nimmt es auf. Jetzt kannst du wieder drücken. Jetzt kann man das gleiche Essen ansehen. Mhhh. Mhhh. Das Essen. Ja, ja. Ja, ja. Du bist gut zu essen, Sandi. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Er dreht schon drei. Ja, er dreht schon drei. Ja, er dreht schon drei. Ja, das Bildschirrm schick. Ja, ja. Papa, schau dir mal an. Ich bin Orbskater, SM-Chef. Ja, Sandra, ich helse dem Chef. Ja, ja. Hey, George, wofür kannst du so einen Karten machen? Ja, 2.000 Euro. Ich möchte auch eine Idee, weil ich könnte ein paar Bischisse, wenn es uns andere aufnehmen. Gau, ja. Jetzt ist es fast die gleiche. Jetzt kommt George jetzt mit der Kamera. Dich du filmen? Aber George, genau. Ich filme. Alles das, was auf dem Bildschirm ist, wird auf dem Kassetten aufgehören? Ja. Genau so weisst du es. Oder kannst du nachträglich drücken, was du am Kassetten haben willst? Also nein, ich kann es nach der Einreise im PC und einfach so. Nein, weisst du, ich meine das, was er jetzt sieht auf dem Bildschirm auf dem Bildschirm? Ja, nur wenn er Aufnahmen drückt. Ach, eben. Du kannst eben auch die Aufnahmen schauen und die Tests danach drücken, oder? Ja, genau. Mö. Ja. Ähm... Fass ist Kripp. Fass ist Kripp. Ja. Ähm... Ja, wirer. Wirer. Aber wirer, ich tun nur so einen auf. Das darf ja von hier sein. Naja das ist eine Schweizerwein oder das ist 19. Es ist 19. 20. Dackens Glück. Ja, ich hab das Pfeifer... Der Baby muss... Der Baby muss noch sein... Ja, das... Hast du nicht? Du kannst es aus... Mensch, kannst es sagen? Ja, wir müssen wir... Bum. Tami. Nimmst du auch Wein? Schorsch, dann musst du mir etwas trinken, den Wein. Willst du gerne etwas Wein, Schorsch? Ja, gerne. Wo witzest du? Ja, am Tisch. Gehst du es runter? Ja. Roman, erzähl uns mal ein Witz. Ich kann Ihnen erzählen, Weihnachtsmusik. Kein Witz. Ich habe nicht gesagt, du musst dir den Sohn einen Rucksack schenken. Kannst du mir wieder einmal geben? Ich filme es dir. Kannst du das einmal machen? Was? Eben mir das geben. Ja, man muss aber auch die Finger nehmen. Ich habe es aber drei Mal gegeben. Es ist auch vielmässig. Man muss Wein aufzunehmen. Ich bin... Am anderen Wochenende wird wieder abgeräumt. Ich kann zusammen helfen. Ich bin Chef zu... Ich kann dich darum... So, hast du mich nicht drücken? Ich mache das alles zufrieden. Es ist besser. Es geht ja in die Bargabe. Es geht nicht. 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 Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Kannst du uns ein Foto machen? Ja, ich kann uns ein Foto machen. So. Ich kann uns ein Foto machen. Weisst du, Daniela? Es ist eine andere Woche. 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 Es hat nichts mit dem Bau zu tun. Allgemein war es eine Abstimmung. Oder... Wir möchten aber sicherlich dazu filmen. Aber siehst du den Kanton nicht? Ja, ja. Das ist ein Bildfilm. Jetzt willst du gehen. Jetzt willst du gehen. Siehst du, der Kanton schafft nicht bis um halb sieben am Freitag. Und die haben wieder mit der Feierabend. Nein. Nein. Heute ist nicht bis um halb sieben. Die Sonne ist ins Essen. Wer hat heute im Kanton gearbeitet? Und wer hat heute den ganzen Tag gearbeitet? Du auch nicht. Jetzt wird auch viel auf. Ich den ganzen Tag. Du Sonne? Nein. Wo ist er? Der Jean-Chef. Das ist die Fremde, Bruder. Komm, sage ich auch nicht im Falsches. Sonst gehen wir gleich hinterher. Oh. Er hat aber auch zugelassen. Muss man mal schauen. Er hat wahnsinnige Kraft bekommen. Muss er. Er trainiert jetzt mit dir, oder? Ich bin der Manager von ihm. Weisst du? Ich hole ihn alles aus. Was kannst du ausholen von ihm? Der Ringrichter. Wie geht das denn an? Er macht die Registritte und du zählst? Nein, das ist keine Branche. Das ist der. Ich kann nicht mehr. Ja, komm. Ich habe ein trochner Reisessen. Ja. Sander, mach dich einschätzen. Viele sind so verrückt. Das machen wir immer so. Schorsch, willst du etwas stellen? Ja, ein Fögelchenpastet. Ja, das ist noch eine Gelle. Ich verstehe. Das ist ein Fögelchenpastet. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, macht mal jemand einen Witz. Aber ist ein Fögelchenpastet. Das ist ein Fögelchenpastet. Ich weiß nicht, ob du einen Ton hast. Einen Tonfielchen. Den Ton müssen wir noch reinschneiden. Ja, in die ... Äh, nächste Weihnachten. Das ist kein Mikro. Das ist kein Mikro. Das ist kein Mikro. Ich habe sie jetzt nicht ... Da, kannst du rein reden. Ja, unten ist sie ja. Ja, der hat es alles ... Hast du das nicht vorstellt? Steint es in der Kamera? Steint es! Da ist kein Mikro. Haben die Höllebewohner noch besser drücken? Was? Der hat eine super Sprüche drauf. Du möchtest? Wir arbeiten in der Branche. Und fahren den Schrott um. Ich gehe zu den Höllebewohnern, die Kameras greifen. Mit der Tourwellen, sonst vielleicht ein bisschen schnell. Joachim, das ist doch nicht egal. Und du wählen könntest du es nicht anrufen? Ja, bei mir meint er Janine. Warum? Dann schnittst du es selber ein. Gut, hörst du es? Du musst es essen. Hast du ein bisschen eine Springer? Mit der Platte? Von der Lecker. Der hat vorher gebraucht. Darf du ihn singen? Ja, total. Hast du es gemacht? Ja. Hast du es gesehen? Stimmt, dass ich gerne singe? Wolltest du, dass du eine Stunde filmst? Warme Wallungen? Ja. Nehmen wir den Platz wechseln? Wieso? Dann schwimmt er viel Reis, gell? Wir filmen, es sind immer denselben Grinder. Aber Sandro ist fertig. Du möchtest ein bisschen gut in den Teller einsessen, Sandro. Das habe ich allein. Das habe ich allein. Ja. Ja. Ich komme nächste Woche nicht essen. Du bist am Rechen. Du musst einmal hinten in den Kopf. Hier musst du Würst essen, wenn du das gewähnt freischätzen musst. Nein, nein. Nein, nein. Ich kann nicht nur noch ein Stück. Ich kann nicht nur noch ein Stück. Du bist ja fort. Wir gehen fort. Wir gehen fort. Jetzt gehst du wieder in die Panale. Ja, genau. Seit 100 Jahren. Nein. Das ist die einzige Hütte, die wir in der Schweiz können. Es gibt etwa 3 Mio. Hütten in der Schweiz. Das ist das schönste. 3 Mio. Hütten. Das ist mir egal, welche Hütten in der Schweiz haben. Aber das sind unsere Hütten. Sandro filmen es heute gerne. Wir arbeiten. Was sagt sie zu diesem Mann? Der Rön von Sandro. Der zweite Rön. Der zweite Rön. Das war ein Kals. Nur Stürz. Nur Stürz. Du Sandro. Machst du nicht, wenn sie vorzunehmen? Dann erst Sonntag haben wir 5 Mio. Kunden gekauft. Dann fühlst du irgendwie noch lachen. Hier noch mal. Nein. Es ist wiederholend. Du kannst wiederholen. Dann erst Sonntag haben wir immer eine Mio. Kunden gekauft. Dann musst du dir empfehlen. Eher? Nein. Jetzt sendet ihr euch. Du siehst es auch? Ja, ich sehe es hier. Ich wusste gar nicht, was es geht. Hat ein anderer etwas gezeigt, was ich nicht wusste? Ist das im Ernst? Ja, ich komme schon auch daraus. Ein Kollege hat auch eine Kamera von mir. Weisst du, wie immer es geht? Es geht nicht.